Wenn Leidenschaft und Perfektion sich vereinen, wenn revolutionäres Design auf überlegene Technik trifft, dann werden Legenden geboren. 1995. Audi präsentiert den TT erstmals als Studie. 1998 geht das Konzept in Serie. Funktionalität in einer völlig neuen Designsprache und nicht gekannter Fahrdynamik. Der TT wird zum beliebtesten Sportwagen seiner Klasse. 2006. Audi präsentiert die zweite Generation. Ein Kraftpaket. Leichter als ein Vorgänger. Die ideale Basis für den Rennsport. Ein Technologieträger. In diesem Auto testen wir zum ersten Mal das pilotierte Fahrrad. Damals Science-Fiction, schon bald in Serie. Und heute? Heute präsentieren wir den neuen TT. Evolution im Design. Eine klassische Linienführung, neu interpretiert. Revolution in der Technik. Ein neuer Innenraum, erstmals mit virtuellem Cockpit. Zahlreiche Details, die das Leben leichter machen. Konsequenter Leichtbau. 50 Kilo Gewichtsreduktion. Matrix-LED-Scheinwerfer. Intelligent und einzigartig. Wenn revolutionäres Design auf überlegene Technik trifft, dann werden Legenden geboren. Ein, deploying Martins. clötens vorstja 15 Kilo. those 1986-1943s, Wirkliche здесь. Musik das also Bсемs auf ein GlGB got auf ein雪 aide etwas,